Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von mir. Ich bin Ocho Saiba, der Host dieses Podcasts und ich quatsche mit dir über mein Cosplay-Leben und spreche so über Themen, die mir so über den Weg laufen und die mir so in der Cosplay-Community auffallen. Und heute soll es darum gehen, welche Cosplay-Reflex ich habe. Diese Podcast-Folge ist von einem Post von der Instagram-Seite German Cosplay Club inspiriert und als ich mir diesen Post angeschaut habe, ist mir im ersten Augenblick gar nichts eingefallen. Was soll überhaupt ein Red Flag sein beim Cosplay? Das ist ein geiles Hobby. Was soll überhaupt schlecht daran sein? Ich liebe es einfach. Doch in den nächsten Momenten, während ich darüber nachgedacht habe, sind mir doch schon einige Sachen eingefallen, die ich jetzt hier mit dir teilen möchte. Wenn du diese Folge auf YouTube anhörst, kannst du auch später deine Gedanken und Red Flags in den Kommentaren teilen. Ansonsten wartest du ein paar Tage. Ich habe nämlich ein Posting für Instagram vorbereitet, wo man auf jeden Fall noch mal mit der Community und mit mir sich darüber austauschen kann. Starten wir erstmal mit den Red Flags. Also Nummer eins wäre bei mir Mobbing und Ausschließung. Eigentlich schon sehr traurig, dass ich das hier als Red Flag aufzählen muss, denn man sollte meinen, dass zumindest in einer Gruppe des gleichen Adresses man sich mit Respekt begegnet. Doch nein, das ist überhaupt nicht der Fall. Die Cosplay-Community ist eigentlich nichts anderes als die normale Gesellschaft und somit gibt es genug Situationen, wo Cosplayer sogar systematisch ausgeschlossen werden. So werden zum Beispiel auf Repos-Seiten eher Cosplay-Bilder ausgewählt, die halt eher in das Schönheitsideal passen und am besten auch noch von weiblichen Cosplayerinnen stammen. Natürlich trifft das nicht auf allen Seiten zu, aber davon gibt es auf jeden Fall mehr als genug. Ähnlich sieht es aus, wenn man Cosplay-Partner oder Fotografen nach Models suchen, möchte man ja, man möchte ja schöne Bilder machen. Ich wiederhole, man möchte ja schöne Bilder machen. So denken tatsächlich sehr viele Menschen. Sie denken, dass ein schlanker Körper, eine definierte Jawline etc. pp. nötig sind, um schöne Cosplay-Bilder zu machen. Und da fängt es eigentlich schon an. In unserem Kopf, in unserem Mindset. Denn über 90% unserer Entscheidungen, die wir so täglich treffen, passieren im Unterbewusstsein. Klar, es gibt genug Leute, die anderen Menschen während ihres Aussehens bewusst degradieren, doch meistens steckt nicht mal eine böse Absicht dahinter. Und so werden Cosplayer ausgeschlossen und schlimmstenfalls sogar gemobbt. Das ist echt ein No-Go und ich finde, jeder hat die Pflicht da, an sich selbst zu arbeiten und sie selbst zu reflektieren, wie man mit anderen umgeht. Und falls du mal mit mir ein Foto-offener Convention oder ein Partner-Cosplay machen möchtest oder in einer anderen Form mit mir zusammenarbeiten möchtest, dann habe bitte keine Scheu. Ich werde dich nicht urteilen nach irgendeinem äußerlichen Merkmal und ich wünsche mir von Herzen, dass du das bei anderen auch keine Angst haben musst, dass du nicht schlimme Erfahrungen machen musstest, sie anzusprechen, weil du zu dick, zu dünn, zu alt, zu jung etc. B.P. bist. Also bei mir bist du immer herzlich willkommen und ich hoffe, dass du auch bei sonst deinem Umfeld oder den Leuten, die du traust anzusprechen, dass es dort genauso ist und du keine schlimme Erfahrung machen musstest. Eine weitere Red Flag ist, dass man nicht nur wegen dem Aussehen jetzt Leute schlechter behandelt, sondern wegen dem Cosplay an sich. Und das ist tatsächlich so, dass ganz viele Cosplayer in einer konkurrierenden Art und Weise Cosplays sehen. Sie vergleichen, analysieren und versuchen somit, andere zu triumphieren. Sie wollen auf jeden Fall der Beste der Besten sein. Die wollen immer, ja, wie gesagt, besser sein als andere. Und ey, wenn dir das Spaß macht, do what you want, aber ziehe bitte andere nicht mit hinein. Dazu zählt zum Beispiel, ungefragt blöde Kommentare abzulassen, wie Wo ist die Jacke? Das gehört doch zum Cosplay. Da fehlt doch noch Schmuck. Hast du den nicht? Sowas machst du lieber mit Warbler und nicht mit Foam. Das sieht ja total schräg aus. Es zählt auch, wenn du nur einen bösen Blick auf einen Cosplayer zuwirfst. Das ist No-Go. Sowas macht man nicht. Also ich finde es sehr, sehr krass, dass ich das hier thematisieren muss, weil für mich ist das eine Selbstverständlichkeit, dass man sowas nicht macht und trotzdem habe ich das sogar selber erlebt, dass ich solche Kommentare bekommen habe von jemandem auf einer Convention, den ich nicht kenne. Und ich dachte mir nur so, was soll ich darauf antworten? Stell dir mal vor, das ist ein Cosplay-Anfänger, hat zum ersten Mal seine erste Rüstung gemacht und ist total stolz drauf. Und irgendeiner meint hinzugehen und sagen, das hättest du besser so und so machen müssen. Ähm, nee, geht gar nicht. Also wirklich, dieses Hobby ist ein wunderschöner Oase, wo man kreativ sich ausleben kann, Sachen neu experimentieren kann und, ähm, ja, sich einfach mal was wagt. Und da braucht man echt keine Menschen, die meinen, immer besserwisserisch zu sein oder sich meinen, auf den Podest zu stellen. Und dazu zählt auch, wenn man halt Leute blöd anguckt oder blöd anmacht, nur weil die gleiche, das gleiche Cosplayen wie du. Also es ist super traurig. Ich finde das richtig schade, denn es ist doch toll, wenn man genau solche Cosplayer trifft, sie kennenlernen, sich austauscht und so weiter, weil, naja, wenn die Person das gleiche Cosplay trägt wie du, wird sie wahrscheinlich auch den Charakter voll abfeiern, das Fandom abfeiern. Und man hat so viel Gesprächsstoff und ich verstehe ehrlich gesagt null, ähm, warum man immer sein eigenes konkurrierendes Denken auf andere projizieren muss, warum man andere Cosplays analysieren und in Kategorien einordnen muss. Ich habe tatsächlich schon sowas wie Nicht-Cosplayer oder Elite-Cosplayer gehört und ich denke mir so, was sind das für merkwürdige Bezeichnungen? Also wirklich, what the fuck? Also Schubladendenken ist sowieso bei mir sehr, sehr kritisch und ich würde mich mit niemandem anfreunden wollen, der nichts anderes zu tun hat, als Personen ungewollt in irgendwelchen Rängen einzuordnen. Das ist schon auf Conventions sehr schlimm, doch auf Social Media hat das nochmal eine ganz eigene Größe und vielleicht kennt ihr das auch, dass es Leute gibt, die meinen, unter jedem Cosplay-Bild zu kommentieren, was sie anders machen wollen würden, ob das Canon ist oder nicht, ob der Cosplayer das überhaupt cosplayen darf und ganz ehrlich, das sind armselige Menschen. Das sind Menschen, die lassen sich nicht mit denen reden, wenn man versucht, auf Augenhöhe mit denen eine Diskussion zu führen, ob das überhaupt jetzt sein muss, solche Kommentare abzulassen. Das sind Menschen, die einfach mega unzufrieden sind mit sich selbst und meinen, seinen eigenen Frust an andere abzublasen. Und ja, also, meine Liebe, mein Lieber, hör nicht auf solche Kommentare, lass bitte solche Kommentare nicht in dein Herz hinein, weil dort gehören sie nicht. Diese Kommentare sind einfach nur ein Spiegel an dem Verfasser selbst, der mit sich selbst unzufrieden ist und meint dann quasi, sich künstlich besser darstellen zu wollen. Etwas, was mir auch noch eingefallen ist bei dem Thema, ist das ungewollte Fotografieren, also nicht nur ungewolltes Feedback oder Hate schon, würde ich behaupten, sondern auch das ungewollte Fotografieren. Aber bevor wir wirklich dazu kommen, möchte ich mit dir eine Geschichte teilen aus meinem allerersten Kon-Besuch mit Cosplay. Ich habe Conan gekosplayt und wurde von meiner Gruppe sozusagen komplett alleingelassen. Ich war komplett überfordert. Das ist meine erste Convention, abseits von der Gamescom, meine erste Convention im Cosplay und in einem Cosplay, in dem ich nicht mal wohl gefühlt habe. Ich war sauschüchtern. Ich habe auch quasi dann Panik bekommen sozusagen. Also bei mir spiegelt sich das sehr oft, dass ich Reize sehr sensibel wahrnehme und somit eine Convention, die schon so laut ist, noch mal deutlich lauter sich anhört. Für mich persönlich und dementsprechend wollte ich einfach ab einem bestimmten Punkt nur nach draußen mir was zu essen holen und eine Pause machen. Aber auf dem Weg wurde ich tatsächlich von der Gruppe angesprochen und ein Mädchen fragte mich, ob sie mich fotografieren könnte. Ich war so nervös, so überfordert mit der Situation. Mein Gehirn konnte das nicht richtig verarbeiten. Ich kann mich auch ehrlich gesagt nicht genau erinnern, was wann passiert ist. Ich weiß nur, dass ein Bild von mir gemacht worden ist und wir uns dann verabschiedet haben und ich dann quasi meinen Weg weitergegangen bin. Das Komische dabei war, dass ich allein fotografiert wurde. Also man wollte kein Foto mit mir, sondern ausschließlich von mir. Und das hat mich mega beunruhigt. Warum wollten sie ein Bild von mir? Warum hat sich niemand dazu gestellt? Was wird mit diesem Bild passieren? Also klarer Fall, Overthinking. Doch tatsächlich hatte ich einen Grund dazu. Ich habe vor der Convention mehrmals von anderen Cosplayer erfahren, dass sie ungewollt fotografiert wurden und zudem dann die Bilder auf Cosplay-Gruppen kursierten, wo man sich über den Cosplayer oder über das Cosplay an sich lustig gemacht hat. und ich war damals so überzeugt. Ich sah wie eine Mülltonne aus. Also ich könnte wirklich mein Cosplay so renten. Vielleicht mache ich auch eine Podcast-Folge dazu. Es gibt einfach so viele Dinge zu, da zu kritisieren. Und ich habe mich echt unwohl gefühlt. Und mein Cosplay war below. Und meine logische Schlussfolgerung von der Situation war, dass diese Gruppe ein Bild haben wollte, damit sie sich später bei mich lustig machen dürften. Ob das wirklich der Grund war, bezweifle ich heute. Aber damals hat mich das richtig fertig gemacht. Allein nur, weil ich weiß, dass es solche Menschen gibt, die einem ungefragt fotografieren, weil es Menschen gibt, die Bilder dazu nutzen, sich darüber lustig zu machen. Und auch wenn ich weiß, ich sah scheiße aus, das war fucking mein erster Con-Besuch im Cosplay. Und ich wollte jetzt nicht bewertet werden. Ich möchte mit dir, also ich möchte dir diese Geschichte zeigen, dass es Konsequenzen hat, wenn man andere Bildmaterial von einem haben. Egal, ob das mit guter oder schlechter Intention einem Bild geschossen wird. Es bringt halt nichts. Der Cosplayer an sich macht sich sau viele Gedanken. Und vor allen Dingen, wenn man schon schlechte Erfahrungen mitbekommen hat oder selber erlebt hat, kann das echt unschön enden. Dementsprechend, bitte frag immer vorher nach, ob die Person einverstanden ist. Also bei mir wurde ja auch nachgefragt. Aber wie gesagt, ich blame diese Gruppe überhaupt nicht für das, was sie gemacht haben. Es war für mich aber schon eine sehr krasse Situation. Aber vor allem, weil ich eben wusste, was es da für Menschen gibt. Und wenn ich halt bedenke, dass ich teilweise beim Essen oder so schon mal fotografiert hätte werden können oder das bei anderen schon tatsächlich passiert ist. Ich bin meistens halt, wie gesagt, ich komme auf Messen nicht so gut klar mit sehr vielen Geräuschen und so. Und ich habe halt gelernt, sehr viel auszublenden. Und ich glaube, ich würde gar nicht mitbekommen, wenn jemand ein Bild von mir schießt, ohne vorher nachzufragen. Aber es ist halt nicht in Ordnung. Dementsprechend bitte frag nach, ob die Person damit einverstanden ist und am besten halt noch darauf achten, dass man sie nicht zu einem ungünstigen Zeitpunkt erwischt, wie zum Beispiel beim Essen oder so. Bisher habe ich eigentlich über Red Flags gequatscht, die eigentlich zum Etikett gehören und man sich nicht darüber unterhalten müsste, finde ich. Denn man sollte eigentlich alle mit Respekt um, also begegnen und respektvoll miteinander umgehen können. Ich würde aber noch gerne über ein paar Red Flags sprechen beim Cosplay, die etwas spezieller und vielleicht auch persönlicher sind. Für mich hat Cosplay nämlich eine sehr teure Bedeutung und somit ist es auch ein Red Flag, wenn Cosplayer dem Cosplay überhaupt keine Liebe und keine Aufmerksamkeit geschenkt wird. Man kann sie Ultra-Fast-Fashion-Cosplayer nennen oder Fast-Fashion-Cosplayer, also mir ist es eigentlich egal. Aber ich möchte damit nur andeuten, dass sie kaufen und kaufen und kaufen, ziehen das Cosplay einmal oder zweimal an, shooten es und verkaufen es weiter. Kaufen, shooten, verkaufen, kaufen, shooten, verkaufen und so weiter und so fort. Cosplays kaufen ist das eine. Also wie gesagt, das gehört zum Hobby dazu. Das möchte ich gar nicht hier, also bitte, wenn du jemand bist, der einfach gerne viele Cosplays kauft, weil der so viele schöne Charaktere cosplay möchte, das ist das eine. Es geht aber wirklich darum, dass man Cosplays schon fast wie ein Trendfilter verwendet, dass man einmal cool findet und danach wieder in die Tonne kloppt sozusagen. Und das finde ich so schade. Ich finde das echt schade. Ich würde persönlich auch mit solchen Leuten null klarkommen, denn ich bin genau das andere extrem. Ich schenke so viel Liebe und so viel Aufmerksamkeit in jedes Cosplay, das ich besitze. Also teilweise liegen Cosplays zwei Jahre bei mir rum, nicht weil ich faul bin, sondern einfach, weil so viel dort zum Optimieren ist, bis ich das überhaupt zeige. Auf Social Media zum Beispiel. Bei mir muss wirklich Schweiß, Blut, Tränen fließen. Natürlich gibt es kein richtig oder falsch beim Cosplayen, aber das wäre zum Beispiel ein persönlicher Red Flag bei mir. Ich kann mir das auch null vorstellen, wenn man sich null mit dem Charakter und dem Cosplay beschäftigt, aber trotzdem das Cosplay für einen Tag tragen wollen oder so, fühle ich gar nicht. Also, ne. Was ich auch null fühle, sind Komplimente, die eigentlich gar keine Komplimente sind. Dein Cosplay ist so gut, dafür, dass du Plus-Size bist. Oder mein Lieblingskompliment, du bist so talentiert. Da sind bei aller Liebe keine Komplimente, Leute. Erstens, was soll das heißen, dafür, dass du Plus-Size bist? Ich sehe genauso geil aus wie Mid-Size oder Skinny, anders schön, aber trotzdem schön. Zweitens, ist Talent angeboren und ich bin ganz sicher, keine geborene Cosplayerin. Ich hasse Kameralinsen, also wirklich, sobald ich eine Kamera sehe, sei es beim YouTube-Video aufnehmen, beim Live, also wenn ich halt live gehe oder einen Fotografen, mich fotografieren möchte, ich gerate in so einer Panik. Ich, also es ist besser geworden, aber ich bin einfach jemand, der sofort, ähm, wie heißt es auf Deutsch? Mir fällt es gerade nicht ein, I'm sorry, aber halt auf jeden Fall, dass die Leute überhaupt nicht mit, ähm, Kameras klarkommen und so oder dass es quasi, äh, dass man einem im Mittelpunkt steht und ich bin auch mega schüchtern. Ich komme, also wirklich, auf Conventions fällt mir mega schwer, mit anderen Leuten, ähm, ins Gespräch zu kommen, weil ich super schüchtern bin. Ähm, ich bin ultra tollpatschig. Ich, äh, mache mehr mit meinem Körper als mit dem Cosplay, beim Cosplay machen. Also damit meine ich, während ich versuche, etwas zu nähen, steche ich mir tausendmal, äh, die Nadel in den, in die Haut rein oder so, verletze mich sehr oft oder, ähm, ja, lasse einfach geschmolzenen Gummi über meinen fertig genähten Cosplay. Literally ist es schon alles passiert. Meine Schuhe sind schon gerissen bei einer Convention. Äh, ich habe schon eine Barucke so sehr verschnitten, dass ich die 50 Euro wegschmeißen konnte. Ähm, so, so viel. Also, ich bin echt unbeholfen und tollpatschig und das gehört zu mir dazu und ich darf auch lernen, äh, ein bisschen runterzukommen und nicht immer so panisch zu werden und so ein Kram. Aber ich bin definitiv nicht dafür geboren, Cosplayer zu sein. Aber ich bin verdammt kreativ und ich liebe verdammt nochmal Cosplays zu machen. Ich mag das einfach, auch wenn alles in mir überhaupt nicht dafür geeignet ist, sage ich mal so. Und tut mir leid, dass meine Beharrlichkeit, mir so viele Fähigkeiten anzueignen, um meinen Traum zu verfolgen, dich so flashed, aber das ist kein Talent, sondern verdammte, harte Arbeit. Und du darfst mich gerne dafür loben, aber bitte stemple das nicht als Talent ab. Weil ich nichts in den Arsch geschoben bekommen habe, sondern mein hotter Ass hat echt hart dafür gearbeitet. So, Rant zu Ende. Aber ja, das ist eine persönliche Red Flag. Das regt mich jedes Mal neu auf. Und, na klar, ich streite mich auch nicht mit Leuten, die sowas schreiben, sondern versuche zu sagen, nee, das ist kein Talent, aber es nervt einfach. Es nervt. Also, entweder sparst du dir den Kommentar, oder du sagst was anderes, aber nicht, oh, du bist aber talentiert. Genauso wie, oh, du bist so talentiert, ich könnte das never. Doch, du kannst das. Das ist kein Kompliment. Das ist gar kein Kompliment. So, ähm, jetzt wirklich. Thema zu Ende. Ähm, ja, was sind deine Red Flags? Was fällt dir da so ein? Welche Signale gibt es, die dir sagen, halte dich von diesem Cosplayer fern? Ähm, teile es gerne in den Kommentaren bei YouTube oder bei Instagram. Dort, dort kommt wie gewöhnlich immer in den nächsten Tagen ein Beitrag passend zu den Folgen. und ich bin schon mal gespannt auf den Austausch und wir hören uns nächste Woche, Mittwoch. Schalt ein, bis dahin, äh, alles Liebe, Love, Urtos Cyber. und ich bin schon mal